Das Malbuch Blau Beige Braun Türkis Orange Grün Dunkelgrau Weinrot Grau Grau Lila Hellblau Ich glaube, die Batterien sind alle... Hast du das gesehen? Der Taschenrichtner will nicht angehen, also muss er es selbst rausfinden. Was ist das Problem? Komm schon, wo sind hier die Batterien? Simka, Nolik, ihr könnt jetzt rauskommen. Ich weiß, dass ihr hier seid. Hi Tom Thomas. Weißt du etwa nicht, wo die Batterien hingehören? Was ist denn daran so komisch? Na, weil es in diesen Dingen doch keine Batterien gibt. Was soll das heißen? Wie kriegt denn der Taschenrechner sein, äh, ich mein... Woher er seinen Strom kriegt? Aha. Da drinnen ist eine Solarbatterie. Die Sonne macht ihn an? Und dann gebe ich dir eine Kopfnuss. Von wegen Kopfnuss. Hast du's vergessen? Wir sind Fixies und wir müssen alles reparieren. Ah, Simka, du bist eine Schummlerin. Das hat nichts mit Schummeln zu tun. Such lieber was, womit wir den Aufkleber abkriegen. Okay, wie wär's damit? Auf diese Weise dauert das ja ewig. Ja. Äh, ich hab eine Idee. Wir nehmen diese Büroklammer. Und wie jetzt? Wir kleben das Ende einfach an die Klammer und rollen es dann ein. Tidisch! Blau. Hellblau. Gelb. Bisch. Braun. Hurra! Ich bin der Sieger! Au, das ist total unfair. Ohne den Aufkleber hättest du verloren. Was ist denn los? Ach, nichts, vergiss es. Nichts, sagst du? Gut gemacht, Tom Thomas. Alles ist richtig. Jetzt funktioniert's. Guckt, ein Bild von unserem Nolik. Wo denn? Genau hier, auf dem Taschenrechner. Oh, ich hab's. Null heißt Nolik. Der ist gut. Wähle aus, was du anschauen willst. Klicke einfach auf das Bild. Abonniere unseren Kanal, um neue Zeichen-Trickfilme anzuschauen.